Ja, einmischen tue ich mich mein ganzes Leben lang. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das nicht ein Motto für mich gewesen wäre. Und das gilt für das Private genauso wie für das Politische. Ich mische mich in Beziehungen ein. Ich möchte erkunden, was die Ursachen für Ungerechtigkeit und Unrecht sind. Und auf das politische Übertragen beschäftigt mich eben ein Leben lang soziale Gerechtigkeit und ökologische Gerechtigkeit. Dafür brenne ich, weil ich finde, wir müssen diese Ungerechtigkeiten und Unrecht, das Menschen geschieht, überwinden. Und heute ist für mich das brennendste Thema, dass weltweit die Rechte der Zivilgesellschaft in einem Maße eingeschränkt werden, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Und hier mischen wir uns als Heinrich-Böll-Stiftung jeden Tag ein, um Menschen eine Stimme zu geben, Gehör zu geben und unsere Menschenrechte zu verteidigen.